Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Color Splash. Im letzten Part haben wir am Morellensee weitergemacht und haben uns dort schon den ersten der Farbsteine geholt, also eigentlich ist der zweite da bei der Abbildung, der blaue auf jeden Fall. Wir haben auch einen sehr interessanten Toad getroffen, der von sich selber glaubt, dass er ein Hilt ist, aber er hat nur dank seiner Hilfe, sind wir an den blauen Farbstein reingekommen. Deswegen, ja schon, er kann sich schon als kleinen Hilt zumindest bezeichnen. Und heute soll es wieder weitergehen mit einem komplett neuen Level, und zwar diesem hier, nämlich der Azurbucht. Was uns hier alles erwarten wird? Keine Ahnung. Ich bin aber schon sehr gespannt und hier gibt es auch diesmal nur einen einzigen Farbstählen, nicht zwei wir ansonsten davor. Deswegen, vielleicht können wir dann das Level endlich mal als erstes zu 100% abschließen, wäre ganz cool. So, ich muss wieder unbedingt dran denken, dass ich diese blöden farblosen Stellen immer schön einfärbe. Das habe ich ja beim letzten und beim vorletzten Mal elegant immer wieder vergessen, dass ich die eigentlich einfärben kann, diese Stellen. Das ist mir gar nicht wirklich aufgefallen. Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt da diesmal ein bisschen mehr dran denken werde. Aber ich kann nichts versprechen. Ihr kennt mein Gehirn. Hey Mario! Wir bereiten uns hier in der Azurbucht auf das Ozeanfest vor. Wie der Name schon leicht andeutet, fallen wir dabei den Ozean und lassen die Seekuh fliegen. Das wird die To- äh, die To- oh mein Gott, ernsthaft? Die Toadale Party! Es gibt so viele blöde Wortwörter hier in dem Spiel, das ist so genial. Ozeanfest, die Farbstähne sind weg und ihr schmeißt eine Strandparty? Naja, so sind sie, die Toads. Ich vermisse es, sie um den Prismabrunnen tanzen zu sehen. Wenn im Port Prisma je wieder eine Toadparty steigen sollte, müssen wir die großen Farbstähne finden. Hier in der Azurbucht muss irgendwo ein kleiner Farbstähne sein. Am besten sehen wir uns mal ein bisschen um. Das ist immer ganz gut, sich um zu sehen, würde ich sagen. So. Ähm, ich spreche nochmal mit dir schnell. Das Ozeanfest hat noch nicht angefangen. Okay, nichts besonderes. So, dann hier draufschlagen. Zack. Und da ist schon ein Coupa. Und ich hab doch gerade auch, hab ich da gerade auch Cheepcheeps gesehen? Die aus dem Wasser kamen. Ich hab doch gerade irgendwas noch gesehen, was bei ihm noch war. Äh, das Wasser sieht, boah, das Wasser sieht ziemlich cool aus, finde ich. Vor allem die Wellen, die dann noch geschlagen werden am Rand. Das sieht sehr schön aus, finde ich. Was ist mit euch los? Dort geht's zum Ozeanfest, aber die Vorbereitungen entlaufen noch. Zieh doch erstmal hier um. Ich darf noch nicht entlang gehen. Okay. Ja, wir müssen, ja, ja, okay. Also, ich werd wieder mal, was zum, hinten anstellen. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Leute. Ich kann mal hier, ich kann sogar alle, ich kann die alle einzuschlagen. Wow, wie cool ist das denn? Zack, nehmt das hier. Den vorderen. Und den hier machen wir grün. Und den hier machen wir, jetzt hab ich wieder den vorderen. Aber steht gar nicht, ich sollte nicht so viel Farbe verschwenden. Willkommen zum Ozeanfest, hier geht's lang. Na gut. Dann jetzt erstmal, äh, seid ihr jetzt überhaupt Gegner? Seid ihr Gegner? Okay, seid Gegner. Weil es hätte auch sein können, dass man die Coupas hätte ansprechen können. Aber sie sind Gegner, na gut. Und, äh, noch ein weiterer. Ja, ich muss hier echt viele Sprünge verschwenden. Obwohl ich gar nicht mehr so mega viele Sprünge habe. Aber ich hab erst einen abgenutzten Sprung bekommen. Dann nutze ich mal den, um dann gleich, äh, den vorderen Coupa in den hinteren rein zu kicken. Und dann beide wieder gleichzeitig gleich zu besiegen. Ich glaub eben wirklich, dass ich nach diesem Level hier, nach der Erzobuch, dann mal wieder zurückgehe. Nach Port Prisma. Und mich dann dort eben noch in den weiteren Gebieten umgucke, zu denen wir jetzt schon hinkommen können. Dank dem Ausschneiden können wir jetzt bestimmt schon an neue Orte wieder hinkommen. Zum Beispiel zum Blauen Viertel oder so. Wäre ganz cool. Und dann möchte ich mich da eben dann, äh, das hab ich auch wieder fast übersehen. Die Stelle hier. Und dann möchte ich mich eben da dann ein bisschen genauer umgucken. Und dann vielleicht auch, äh, ein paar neue Sprungkarten kaufen. Weil ich halt Sprünge bisher viel häufiger benutzt habe. Ah, das ist Hammerangriffe. Weil wir eben ganz, äh, da ist ein Cheap Cheap, hab ich's doch gewusst. Äh, weil wir eben ganz, ganz häufig gegen Coupas kämpfen. Und Sprünge gegen Coupas eben besser sind. Ja, gerade hier zum Beispiel sind Sprünge viel besser. Habe ich noch einen weiteren normalen... Ich hab noch Hüpf-Puschen, hab ich natürlich noch einige. Das stimmt. Äh, da kann ich jetzt mal da vielleicht einen benutzen. Weil ich hab ansonsten nur noch drei Versprünge und noch einen großen Sprung, der mehr Schaden macht. Aber ich nehm nochmal Hüpf-Puschen. Ein einziger wird ausreichen. So. Und zack. Denn ich muss ja nur wieder den vorderen in die hinteren reinkicken. Aber das krieg ich ja hin. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Yay! Perfekt. Also ich glaub, jeder einzelne Sprung von den Hüpf-Puschen macht auch weniger Schaden als ein Sprung halt von einem normalen Sprung. Eben, wenn ihr mir folgen könnt. Aber dafür kann ich eben zehnmal springen und bei einem normalen Sprung ja nur fünfmal. Deswegen ist dann schon auf jeden Fall gerechtfertigt, würde ich sagen. Ich finde auch Hüpf-Puschen im Allgemeinen schon besser. Kann ich das auch entfärben eigentlich? Wow, was? Was? Solche kleinen Stellen auch, das find ich ja niemals alles dann. Oh mein Gott, ey, das ist ja sehr fies. Und hier kann ich auch noch entlang gehen, okay. Auf jeden Fall, ich finde eben Hüpf-Puschen schon besser als normale Sprünge. Weil ich halt vor allem gegen starbe Gegner mit Hüpf-Puschen deutlich bessere Chancen habe. Und du bist ein Seriensprung, okay. Den gab's auch schon in Sticker Star. Der dürfte, ich glaub, der war blau. Wenn mich nicht alles täuscht, können wir dann gleich mal gucken, wenn ich den eingefärbt habe. Wenn ich den mal irgendwann benutze, ob es ja auch so ist dann. Und das ist eine Hülle sogar, wo ich jetzt, wo komm ich denn jetzt überall hin? Okay. Okay, erkunden wir erstmal die Hülle, würde ich sagen. Warum denn nicht? Mal schauen, was wir da finden können. Okay. Ja, ich geh mal hier gleich nach oben. Ich glaub, dieses Level sogar wurde auch schon häufiger mal von Nintendo vorher gezeigt. Auch beim Treehouse-Event oder so, bei der E3. Oder ist, glaub ich, das sogar auch gespielt, oder? Aber das hat mir nicht ganz angesehen. Deswegen, ich kenn hier nicht alles. Ein bisschen was vielleicht. Aber jetzt nicht alles im Detail von dem Level hier. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das, glaub ich, auch schon etwas ausführlicher gezeigt wurde, dieses Level. So, da ist jetzt eine Kopie von dem Ventilator, den wir ja auch schon haben. Was sind jetzt Kopien? Ventilatorkopie. Okay. Ja, ich hab jetzt einfach einen neuen Ventilator. Aber ich frage mich, wo da jetzt der Unterschied ist zum Normal. Vielleicht gibt's auch gar keinen. Und ich, ich mein, die Kopien find ich halt immer sofort als Karten. Und die anderen muss ich halt erst als Dingse da in Karten verwandeln. Aber gibt's, vielleicht sind die schwächer, die Kopien. Ich hab keine Ahnung. Ich dreh noch durch. Wo ist der nur? Es heißt, dass ein legendärer Pirat in dieser Hülle seinen Schatz versteckt hat. Da war ein Geräusch, als hätte sich eine Wand geöffnet. Aber wer Schätze finden will, darf sich nicht ablenken lassen. Ähm, ja, Tod, du bist ein Idiot. Ich hab schon alle Münzen mitgenommen. So, naja, kann man dir nicht helfen. Warte mal, ich will noch kurz reingehen. War das irgendeine Stelle, die ich wieder übersehen habe? Zum Einfärmen. Ich geh noch mal kurz rein. Warte kurz. Es kann gut sein, dass ich da irgendwas übersehen habe. In dieser relativ dunklen Hülle. Also so dunkel jetzt auch wieder nicht, aber dennoch, ne? Ne, aber hier ist, glaube ich, nix. Ich seh auf jeden Fall nix. Ne, passt halt. Also, wenn man sich darauf konzentriert und den Bildschirm wirklich genau anschaut, dann kann man schon diese farblosen Stellen erkennen. Ja, schon. Aber wenn man eben hier so durchläuft, während er noch Kämpfe macht und sich über andere Dinge Gedanken macht und noch reden muss, dann ist es halt echt nicht so einfach, ne? Wie gesagt, probiert es auch mal, dass ihr mal, wenn ihr euch auch Colorsplash geholt habt, dass ihr mal ein Level spielt und währenddessen einfach pausenlos durchlabert irgendeinen Nonsens. Und dann werdet ihr sehen, dass es dann nicht so einfach ist und ihr vielleicht auch mal die ein oder andere Stelle verpasst. Vielleicht auch nicht und ich bin einfach nur komplett hohl. Das kann natürlich auch sehr gut sein, sehr gut sogar. Aber es wird euch dann nicht so leicht fallen, wenn ihr einfach ruhig seid, ne? Das verspreche ich euch. Unglaublich! Was ist denn? Da hinten ist ein Segelschiff. Was für eine Aussicht? Okay, die Aussicht meint ihr. Entschuldige, aber ich hatte echt noch nie die Gelegenheit, diesen tollen, äh, diesen, was? Diesen tollen? Wie komme ich... Okay, ich bin jetzt in der Zeile verrutscht. Diesen Teil des Meeres zu sehen. Wirklich toll! Zu blöd, dass ich gerade nur ein Stück Papier bin. Sonst würde ich garantiert mal reinspringen. Okay, ist das alles, was ich hier bekomme? Die Aussicht wird hier angepriesen von Fabian. Ansonsten aber nix offenbar. Ne, irgendwie nix. Kann ich hier nach unten springen einfach? Hui! Okay, das war's auch schon. So, aber ich hab hier noch ein paar Stellen noch nicht eingefärbt. Hab ich schon bemerkt, nämlich das hier zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich glaub, da oben hab ich alles eingefärbt, was es einzufärben gab. Ich meine schon. Und ich glaub, hier seitlich hab ich auch alles eingefärbt, was ich einfärben wollte. Das passt, glaub ich, alles okay. Ich hoff zumindest mal, dass das alles passt. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwie halt solche kleinen Steinchen halt irgendwie übersehen habe. Das ist schon sehr fies, dass man auch die einfärben kann. Äh, und dass die auch zu den 100% dann dazuzählen. Das ist dann, das ist halt dann sehr ärgerlich, wenn man dann eben 99% hat und ein Level eigentlich schon abgeschlossen hat. Und dann eben sich fragt, wo ist diese eine Prozent? Und das ist dann eben so ein kleines Steinchen da. Das ist dann schon fies. Dieses Ozeanfest, da beginnt bald. Das ist sicher toll, wenn man sich was aus solchen Veranstaltungen macht. Ja, ich find's aber schon ganz cool. Ich bin schon gespannt, was da dann los sein wird. Aber erstmal, hallo Koopa. So, auch dich besiegen wir schnell. Am besten dann gleich wieder mit Hüpffuschen. Oder ist er alleine? Er ist alleine. Okay, dann benutze ich einen Hammer. Oder ich weiß gar nicht genau. Wenn er jetzt in seinem Panzer drin ist, dann hat er ja eine viel höhere Verteidigung, glaub ich, oder? Ähm, ich benutze jetzt mal trotzdem nur einen einzigen abgenutzten Hammer. Und hoffe einfach mal, dass es trotzdem ausreichen wird. Wir schauen mal. So. Spitze immerhin. Und es reicht nicht aus, okay. Was macht er jetzt? Okay, er bleibt aber in seinem Panzer einfach. Das ist ja interessant. Dann benutze ich mal nochmal einen abgenutzten Hammer. Wenn ich jetzt einen Exzellenten kriege, dann reicht's, glaub ich, aus. So. Wünscht mir Glück. Ja, shit. Dann, ja, einen Exzellenten. In Spitze hätte er auch ausgereicht, wahrscheinlich. Jetzt kommt er wieder raus. Okay. Also, er bleibt da ziemlich lang in seinem Panzer drin. Dann benutze ich mal... Ich hab eh viel zu viele Hammer. Ähm. Aber ich mein, so viele hab ich jetzt gar nicht mehr. Ich hab vor allem noch viele Sachen, wo ich halt dreimal angreifen kann. Ähm. Dann benutze ich mal jetzt noch... Was ist das Schwächste, was ich noch habe? Momentan. Das Schwächste ist... Äh... Äh... Ich hab ziemlich gute Sachen. Nicht eingefärbte Hüpfbruschen. Einfach mal. Das hätte ich schon von Anfang an verwenden sollen. Äh. War jetzt ein bisschen verschwendet. Aber jetzt haben wir auch nochmal gelernt, dass eben wirklich Kupas, wenn sie in ihrem Panzer drin sind, eine viel, viel höhere Verteidigung haben. Und ich dann nicht mit Hammerangriffen da irgendwie was machen sollte, sondern sie einfach wegkicken sollte mit einem Sprung. Ist dann schon sinnvoller. Okay. Yay. Und wieder ein Perfekt, aber... Weil ich eben nicht getroffen wurde. Wie gesagt, Perfekt redet es sich nicht danach, ob ihr gleich in der ersten Runde die Gegner besiegt habt, sondern danach, ob ihr Schaden genommen habt oder nicht, glaube ich zumindest. Und das ist interessant. Den konnte ich gerade umdrehen. Und dann habe ich da jetzt auch rote Farbe bekommen. Na gut. So. Unten kann ich ja noch nicht entlang, weil da die Stapel Toads mich blockieren. Deswegen gehe ich jetzt erstmal eben hier oben entlang. Und kriege ich hier ein bisschen mehr gelbe Farbe. Ja. Der Ort hier sieht auch komisch aus, weil es wirkt so, als wäre hier irgendwas. Aber hier ist nix. Hm. Das sieht sehr, sehr verdächtig aus, finde ich, dieser Ort. Aber ich finde hier nichts, deswegen gehe ich erstmal weiter. Zum Segelstift hier. Hallöchen. Dieser blaue Toad ist mal wirklich cool. Er wird ans Ende der Welt segeln. Und das in dieser Nussschale. Ich frage mich, wie das Ende der Welt wohl aussieht. Hat man da eine tolle Aussicht? Und wenn ja, worauf? Vielleicht fällt man nach unten? Wir sind ja auf einer Scheibe. Jaja. Ruhe. Es geht hier nicht darum, cool zu sein oder einen schöneren Ort zu finden. Ich mache mich auf diese lange, beschwerliche und potenziell nicht nur nervenzerreisende Reise, um meine Bestimmung zu finden. Nervenzerreisende Reise. Klingt nach einer ausgewachsenen Sinkkrise. Aber wenn du mit dem Kahn aufs offene Meer rausschipperst, hast du bald eine Sinkkrise. Haha. Hey, das Ozeanfest fängt eigentlich an. Komm mit. Okay. Wurde auch Zeit. Auf geht's. Wir gehen uns amüsieren. Viel Spaß mit deinem Boot noch. Ozeanfest. Hui. Und da freuen sie sich. Ich habe keine Zeit für eure albernen Feste. Meine Bestimmung ruft. Okay, kann ich mit dir mitfahren? Auf zum Ende der Welt. Meine Bestimmung wartet. Okay, ja, irgendeinen Sinn hat der bestimmt auch noch später mal. Der wird bestimmt in einem späteren Kapitel dann nochmal auftauchen oder so. Ich färbe mal kurz ein. Dann nochmal auftauchen oder sowas. Und, äh, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der jetzt nur hier vorkam. Das wäre schon sehr seltsam. Aber sehen wir schon noch. Na gut. Dann wird es erstmal zum Ozeanfest, würde ich sagen. Und los geht's. Party! Oder so. Was auch immer da los sein wird. Ich weiß auch noch gar nicht genau, was da jetzt eigentlich genau ablaufen wird. Beim Ozeanfest, aber ich freue mich schon drauf. Aber erstmal, Cheep Cheeps. Kann ich gegen die auch kämpfen? Kommt ihr her? Hallo? Cheep Cheep? Ne, irgendwie nicht. Die springen zwar wie wild im Bildschirm herum, aber jetzt nicht an mich heran. Also ich kann die nicht bekämpfen. Was ist das denn? Okay. Einfach mehr gelbe Farbe. Na gut. Und eine neue Karte. Hüpft vor schon wieder. Aber nicht eingefärbt. Na gut. Und auch die Bäume kann ich wieder kurz... Ne, jetzt kommt einer her. Okay. Auch die Bäume kann ich wieder kurz zerschlagen und wieder ein bisschen gelbe Farbe bekommen. Ich würde es trotzdem ganz gerne machen, weil es kann ja sein, dass in den Bäumen noch irgendwas anderes ist als nur gelbe Farbe. Auch wenn ich schon gelbe Farbe wieder voll habe. Münzen zum Beispiel. Genau. Es war nur eine einzige, aber hat sich dann auch schon gelohnt. So irgendwie, ne? So. Kommt der nochmal her? Ja, kommt er. Okay. Dann erster Kampf gegen einen neuen Gegner und zwar einen Cheep Cheep. Na, durch den Cheep Cheep bist du auch alleine. Na gut. Ich würde ihn sogar fast ganz gerne angreifen lassen. Kann ich eigentlich auch einfach nichts machen in einem Zug? Nein, ich muss immer eine Karte verwenden. Na gut. Dann benutze ich mal... Ähm... Benutze ich mal, benutze ich mal. Was benutze ich denn? Ich benutze mal nochmal gerade eben, was ich gerade bekommen habe. Die nicht eingefärbt und Hüpfbuschen. Weil die ihn vielleicht gar nicht killen können. Weil ich nämlich wissen will, wie der angreift. Also ich hoffe jetzt eben... Ich will jetzt das Timing nicht verkacken. Das jetzt auch nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass die jetzt ihn nicht gar nicht killen können. Ich glaube, er wird es überleben. Ja, doch. Er wird es überleben. Ich kann ihm noch ganz, ganz wenig Farbe immer abziehen. Er überlebt. Ja, okay. Und er greift an. Der... Okay. Ich habe jetzt... Ich habe mich viel zu früh gedrückt. Aber man kann offenbar viel zu früh auch teilweise drücken, weil Mario da relativ lange immer noch ablocken wird. Das ist ganz gut. Okay. Und dann beenden wir es mit einem... Mit normalen Hüpfbuschen. Nochmal. Ich habe leider jetzt keine schwächeren Sachen mehr. Ich habe jetzt schon alle meine schwachen Sachen hergegeben. Und mir ist nur noch halt starke Sachen aufgehoben. Und das ist ja auch ganz gut so. Gegen Stärkegegnusse wird dann deutlich besser gewappnet. So. Und das rät auf jeden Fall aus. Yay. Exzellent. Sehr schön. Was ich übrigens auch kurz anmerken kann, was wir gerade schon sehen konnten. Wenn ein Gegner schon besiegt ist, also wenn er schon seine ganze Farbe eben verloren hat, dann ist er ja schon besiegt. Und ich springe aber danach dann noch weiterhin auf ihm rum, was wir gerade eben auch sehen konnten. Dann ist es so, dass ich dann für jeden weiteren Sprung oder für jede weitere Attacke, die ich noch auf ihn mache, dass ich dann immer jeweils eine Münze für jeden Angriff bekomme. Das war in Stickers da schon genauso. Und auch hier ist es noch so. Und diese weiße Stelle kann man echt noch ganz schwer erkennen, finde ich. Weil da auch die Schattierungen so ein bisschen von den Palmen im Weg sind. Aber hier ist eine weiße Fläche genau. Also man muss schon bei den weißen Flächen genau hingucken. Gerade hier bei dem gelben Strand, da ist weiß dann nicht so leicht zu erkennen, finde ich. Also ist schon echt nicht so easy. Und du? Zum 80-Jahm-Fest geht es hier entlang. Aber Vorsicht, die Cheep-Cheeps sind auch schon ganz aus dem Häuschen. Ja, das merke ich schon. Den einen Kampf gerade eben gegen den einen habe ich gerade eben auch schon geskippt. Ich muss ja nicht gegen jeden Gegner eben immer kämpfen, sondern nur gegen die allermeisten. Weil die Kämpfe ja jetzt eh nicht so mega spannend eben sind. Und wie gesagt, wenn ich natürlich in meine Fresse reinfliegen kann ich da wenig machen. Und wieder nur ein Einzelner, nur gut. Dann benutze ich mal gegen dich, ja weiß ich nicht. Ich habe so viele Dreifach-Sachen. Aber die will ich mir eigentlich aufheben für mehrere Gegner auf einmal. Aber ich benutze jetzt trotzdem mal. Ich benutze mal, das will ich mal austesten. Ich benutze mal dreifach nicht eingefärbte, abgenutzte Sprünge. So. Und teste mal, ob die ausreichen oder ob das sogar überleben wird. Da könntest du nämlich sogar überleben. Mal gucken. Weil die nämlich echt nicht viel Schaden machen. Und, ja ihr überlebt sogar. Das ist nicht ein Drittel, würde ich mal schätzen. Also ich glaube, ihr würdet sogar überleben tatsächlich. Also, wie gesagt, einfärben sollte man eigentlich immer machen. Ich wollte es nochmal kurz austesten. Aber jetzt haben wir nochmal hier die definitive Bestätigung. Na, shit. Die definitive Bestätigung. Einfärben ist immer eine gute Idee, weil man ansonsten viel, viel weniger Schaden macht als normalerweise. Na gut. So. Dann beenden wir es mit einem... Ich habe noch einen abgenutzten Hammer gerade eben bekommen. Der aber schon eingefärbt ist und der dürfte ausreichen. Zack. Und zack. Vor allem, wenn ich eine Exzellente oder Spitze immerhin hinbekomme. Mal schauen. Exzellent. Ja. Sehr schön. Yay. Ich meine, die Farbe ist mir jetzt bisher auch noch kein einziges Mal so wirklich ausgegangen. Außer im zweiten Part war das, glaube ich, wo ich da in Port Prisma da bei dem Brunnen abschnitt. Da in dem Raum, wo eben auch der Brunnen steht. Wo ich dort halt die ganzen leeren Farbflächen oder die farblosen Stellen wieder eingefärbt habe. Da habe ich halt sehr viel Rot hergeben müssen. Und da ist mir meine Farbe so ein bisschen ausgegangen, aber seitdem nie mehr. Deswegen, ich sollte schon ein bisschen mehr meine Karten auch eigentlich immer voll einfärben, so ungefähr. Weil ich eh so viel Farbe hier von allen möglichen... Können wir ja hier sehen. Ich kriege so viel Farbe von all den Sachen, dass ich echt meine Karten auch ein bisschen mehr einfärben sollte eigentlich. Aber na gut. So. Viel mehr Gegner. Ja, ich will nicht alle von denen eben besiegen, weil es viel zu lange dauern würde. Aber hier, ich kann halt die Kupas oder einen von denen zumindest besiegen. Manchmal schnell. So. Aber ich will den ersten Angriff... Das war jetzt der Cheap Cheap, oder? Glaube ich. Oder? Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mal. Aber na gut. So, noch ein zweiter. So. Ich möchte jetzt meine Dingse übrigens noch nicht hergeben. Also die Ventilatoren. Die will ich mir schon aufheben für stärkere Gegner. Und jetzt nicht für die da verschwenden. Und auch Scheigall-Karten und so. Will ich mir auch eher aufheben, weil ich noch testen will. Eben dann in längeren Kämpfen, auch in Bosskämpfen oder so. Weil ich da eben testen will, wie die genau da funktionieren. Ob die eben auch für mehr als eine Runde bei mir bleiben. Und dann da eben halt noch mit mir angreifen können. Das will ich noch ganz gerne eben testen. So. Ich benutze mal... Ich habe jetzt gerade einen Seriensprung benutzt und dann nochmal hüpfuschen. So. Moment, ich muss kurz einfärben. So. Und zack. So. Und wie funktioniert der Seriensprung? Der jetzt auch blau ist. Der sieht genauso aus wie ein Stickerstar. Zack. Und zack. Und das war's auch schon. Okay. Ich dachte, ich könnte häufiger hin und her springen. Aber ich konnte nur einmal den vorderen angreifen. Dann einmal den hinteren und dann wieder den vorderen. War das in Stickerstar nicht so, dass man... Oder war das... Vielleicht war es in Stickerstar auch genauso. Das weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Das kann sogar sein, dass es genauso war. Ich meine aber eigentlich, mich erinnern zu können, dass man... Also ich meine, dass es so war. Kann ich den jetzt nicht besiegen? Oder wie? Doch. Okay. Ich konnte gerade eben nur keinen ersten Angriff machen. Irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich meine, mich eben erinnern zu können, dass in Stickerstar es so war, dass man da auch fünfmal springen konnte bei einem Seriensprung. Wenn es nur zwei Gegner gab, hat man halt zuerst den ersten Angriffen, dann den zweiten, dann den ersten wieder, dann den zweiten und dann wieder den ersten. Aber da kann ich mich auch komplett täuschen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Naja. So, gegen euch benutze ich mal... Ähm... Nochmal Hüpfpushen. Oder einfach so ein... Ich benutze mal jetzt so ein Dreifachsprung. Ich kann ja einfach einen abgenutzten nehmen. Und auch einen nicht eingefärben. Weil das ist ja völlig egal. Ich muss ja einfach nur auf den Koopa-Panzer irgendwie drauf springen. Das ist, glaube ich, ziemlich egal, wie ich das mache, mit welcher Stärke. Weil ich den immer nach vorne klinge kann. Egal, wie welcher Stärke. Stimmt's? Genau. Und dann... Ah, die Überlebens ist aber sogar... Was? Okay. Aber dann ist die Karte sogar perfekt, weil ich kann es nämlich noch nie besiegen. Sehr schön. Also die Karte war perfekt gewählt. Obwohl ich es gleich mal unbedingt machen wollte. Aber sie war dann auch perfekt. Okay. Wo ist es besser? Yay. Und ich habe sie wieder mal nicht eingefärbt. Ich weiß. Obwohl ich gesagt habe, ich soll es immer machen. Weil das eh keine Verschwendung ist. Weil ich so viel Farbe immer bekomme, dass ich es wirklich eigentlich so ziemlich immer machen sollte. Auch wieder aufgehoben, weil ich halt immer in Rollenspielen jemand bin, der sich seine Sachen immer ganz, ganz fleißig aufheben will. Für noch Situationen, wo er sie eher gebrauchen kann. Und ich möchte auch immer ganz, ganz ungern halt Sachen so verschwenden, in Anführungszeichen. Aber naja. So. Gegen dich benutze ich jetzt einfach nochmal dasselbe. Ich will jetzt nämlich nochmal was anderes testen. Und zwar... Ihr macht dasselbe wie gerade eben. Ich benutze auch wieder einen nicht eingefärbten, abgenutzten Spur mal drei. Weil ich jetzt wissen will, ob es dann gleich der Koopa sterben wird. Denn es kann sein, dass er stirbt oder auch nicht. Das hängt jetzt von dem Faktor ab. Aber er stirbt. Okay. Weil gerade eben die Cheep-Cheeps sind ja nicht gestorben. Und ich habe fast vermutet schon, dass es daran liegt, dass ich den mit einem abgenutzten Spur getroffen habe, der auch nicht eingefärbt war. Weil ich dachte eben, dass die Stärke von dem Koopa-Panzer davon abhängt, mit welchen Stiefeln ich ihn angreife. Wenn ich also mit stärkeren Stiefeln auf ihn draufspringe, würde er auch mehr Schaden machen, wenn er in die Gegner dann hineinrasen würde. Habe ich mir gedacht. Aber ist offenbar nicht so. Es ist einfach nur so, dass die Cheep-Cheeps einfach mehr KP haben und deswegen haben sie überlebt. Das ist, glaube ich, der einzige Grund. Weil gerade eben war es ja genauso. Ich habe ja genau mit derselben Karte angegriffen. Der Koopa ist aber gestorben, weil der eben weniger KP hat. Ist der ja uneingefärbt? Ne, der ist eingefärbt. Passt schon. Okay. Also man kann sich hier schon einige echt ganz coole Taktiken eben zurechtlegen hier in diesem Spiel. Das stimmt schon. Und das ist auch ganz gut. Das gefällt mir auch ganz gut. Okay, jetzt noch ein weiterer Cheep-Cheep-Kampf. Passt schon. Ich weiß nicht, ob da unendlich viele kommen oder ob das irgendwann da mal aufhört. Auch keine Ahnung. So, und gegen dich benutze ich mal, ähm, dass ich wieder einen K.O. Hammer benutze. Ich habe jetzt wieder, ich habe wieder zwei K.O. Hammer. Ich will ja wieder einen benutzen, weil ich wissen will, wie das Timing noch genau funktioniert. Aber das dürfte genauso funktionieren eigentlich wie auch beim normalen Hammer. Weil das Aufleuchten da auch genauso sein dürfte. Wir schauen mal schnell. Bam! Okay. Das ist einfach nur ein bisschen langsamer, glaube ich. Aber im Prinzip ist es genauso. Okay. Und diese Sticker, oder diese Karte gab es auch schon in Stickers da. So ähnlich. Da war die Animation von Mario genauso, dass sie sich da auch im Kreis gedreht hat. Aber die Karte hieß nicht K.O. Hammer. Die hieß, ich glaube ja eben, Auerhammer oder sowas. Und, äh, oder, oder Powerhammer. Oder irgendwas, was sich auf Auer oder Power reimt. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass der auch blau war. Eher. Und jetzt nicht wie der. Der ist ja eh so gelb gewesen, glaube ich. Ähm, ich glaube, dass das, dass das eine andere ist. Aber der, die Animation ist zumindest ähnlich. Glaube ich zumindest. Aber ich kann mich auch eben komplett täuschen. Naja. Nach der Brücke kommt der Ozeanfestplatz, auf dessen Bühne diverse Veranstaltungen stattfinden. Okay. Dann bin ich ja jetzt vielleicht auch gleich schon, auch schon da. Ich glaube, weit dürfte der Weg nicht mehr sein, schätze ich mal. Ich kann mal wieder zwischendrin vielleicht kurz gucken, wie viel ich denn schon eingefärbt habe. Jetzt kann ich immer schnell zwischendrin mal so bei der Hälfte des Levels oder sowas machen. Und zwar, ich habe schon 46%. Okay, also einiges fehlt noch. Aber eben, wie gesagt, ungefähr die Hälfte haben wir. Ist ja ganz gut. So. Ich hoffe, dass ich keine allzu offensichtlichen Stellen irgendwie links liegen gelassen habe, weil ich wieder über andere Dinge geredet habe. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich hoffe, dass das nicht so war. Aber kann gut sein eben. Naja. Was denn hier? Kann ich da ins Wasser reingehen oder wie? Ja, offenbar nicht. Aber da ist irgendwas. Es wirkt so, als wäre da eigentlich ein Weg. Aber irgendwie ja auch... Okay, hier ist was. Warte kurz. So. Na, wo ist die? Ist doch ein Weg. Genau. Und damit komme ich dann... Hier hören. Darf ich auch... Was ist denn hier noch alles? Ist hier noch viel mehr? Ne, nur so eine kleine Insel. Okay, dann erkunden wir erstmal die hier. Und wollen erstmal wieder ein bisschen was einfärmen, bevor ich das vergesse. Weil wir wissen ja, da ist die Gefahr sehr hoch, dass ich das immer vergesse. Deswegen machen wir das gleich mal schnell. So, zack und zack und zack. Passt. Noch nicht. Aber jetzt. Yay. Und dann kurz mit den Toads reden. Was ist denn los? Na komm. Ozeanfest ist eine Kurzform von Ozeanfestival. Ja, diese Kurzform war wirklich dringend nötig. Was zum... Was redet denn der für ein Unsinn? Meine Füße tun weh, aber ich habe meinen Klappstuhl vergessen. Keinen Ausflug habe ich wohl kräftig in den Sand gesetzt. In den Sand gesetzt. Haha. Witzig. Und ist das eine Muschel? Ja. Ähm. Welche hat er zerquetscht? Bestimmt, oder? Oder? Ja. Oder auch nicht? Okay. Ich meine, die Muschel ist ja jetzt hier nicht grundlos da, ne? Die hat ja den Grund, dass die da ist. Ich weiß aber noch nicht, welche. Ich habe jetzt erwartet, dass da vielleicht eine Perle in dir drin wäre, die ich mir holen könnte oder sowas. Könnte ich wieder zuklappen? So vielleicht? Ne. Die bleibt jetzt für immer offen. Oder so. Hm. Komisch. Ja, dann lasse ich die erstmal. Ich dachte, sie können davon vielleicht eben aufgefressen werden von dem Ding. Und würde dann halt einiges an Schaden nehmen. Aber offenbar nicht. Na gut. Dann lassen wir das erstmal. Und drehen dann doch erstmal mit diesem ganzen Toads hier. Das Ozeanfest ist für mich das Ereignis des Jahres. Eigentlich komisch, denn ich mag das Meer nicht besonders. Und ich hasse Feste. Ja, du bist auch sehr klug. Und du? Ozeanfesten der Azur bucht. Wuhu. Und du? Die guten Plätze kann man sich gar nicht früh genug sichern. Und du? Das Beste am Ozeanfest sind die Veranstaltungen hier auf der Bühne. Und du? Für die Veranstaltungen holen sie Zuschauer auf die Bühne. Das ist immer so aufregend. Es gibt sogar einen Preis. Aber ich habe mich nie getraut, damit zu machen. Ich schaue lieber zu. Ja, vielleicht kann ja Mario mitmachen, da noch irgendwas Tolles abstauben. Ich bin schon gespannt, was für Pappkameraden in diesem Jahr hier auftreten werden. Für Pappkameraden. Interessant. Und hier ist ein Toad. Sehr schön, den wir einfärben können. Der in den Sand eingraviert wurde. Machen wir mal schnell. Brauche ich aber sehr viel Gelb. Aber ich kriege ja hier auch immer verdammt viel Gelb. Deswegen, das passt schon. Was soll eigentlich diese Dinger hier darstellen? Sollen das Sandburgen sein oder wie? Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Oder Pyramiden. Hier einfach ein Sand, die jemand gebaut hat. Keine Ahnung. Und wir kriegen eine Wollapitz-Karte. Okay, cool. Die kann mich wahrscheinlich halt wiederbeleben, wenn ich gestorben sein sollte. Würde ich jetzt mal vermuten. So, und hier kriege ich mehr Gelb. Genau. Dankeschön. Und mit dir habe ich noch nicht geredet, glaube ich. Beim Ozeanfest lernt man ständig neue Leute kennen. Hi, ich bin Toad. Ja, du bist ein Toad. Wer hat es gedacht? Ein Toad von Milliarden Toads hier in diesem Spiel. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt, den viele hatten an dem Spiel. Dass es halt nur Toads als Charaktere gibt. Obwohl es in anderen Paper Marios immer eine große Variation an verschiedensten Charakteren aus dem Mario-Universum gibt. Oder auch neue Charaktere, die eben für diese Paper Mario-Spiele erfunden wurden. Und hier gibt es halt Toads und Toads und Toads. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil die Toads haben ja immerhin verschiedene Persönlichkeiten. Aber ich muss schon zugeben, ich fände es auch besser, wenn es hier etwas mehr Variationen gäbe, als einfach nur Toads, Toads, Toads. Aber naja. Hier ist wieder mal eine Schlange. Ich spreche erstmal mit dem Typen hier. Willkommen, das Ozeanfest fetzt, oder? Ja, es geht so. Ich habe ja bisher noch nicht viel gesehen davon. Offizielles Getränk des Ozeanfestes ist der Azubo Supersmoothie. Der Name geht schwer von der Zunge, aber der Smoothie gleitet dafür umso sanfter die Kehle hinunter. Ach schön. Und du? Ich habe meinen Strohhalm vergessen. Kann mir jemand einen leihen? Ja, schon. Er zum Beispiel. Jetzt reicht's. Niemand nimmt mir meinen Strohhalm weg. Und ein Kampf. Okay. Na gut, dann kämpfen wir gegen den Scheiger hier mit Strohhalm. Aber er ist allein, deswegen dürfte er kein Problem nachstellen. Was heißt der Wunderpilz? Kann ich eigentlich irgendwo Beschreibungen durchlesen? Ja, kann ich. Füllt deine Farbgeserven auf. Und ist noch dazu zeitlos elegant. Ach so, okay, der macht was ganz anderes. Ich dachte, der wäre wie eine Fee in Zelda zum Beispiel und bewegte mich wieder. Aber nee, der füllt einfach meine Farbe auf. Das ist interessant. Also Pilze, meine KP. Und Wunderpilze, meine Farbe. Na gut. Dann benutze ich mal jetzt gegen dich. Was habe ich denn hier alles noch zur Auswahl? Ich habe noch, wie gesagt, ganz viel von diesen Dreifachdingern. Deswegen, ich glaube, gegen den Strohhalm-Guy dürfte es so ausgehen. Ich färbe trotzdem wieder ein. Wie gesagt, Farbe ist kein Problem. Ich sollte Farbe in den Kämpfen eigentlich immer benutzen. Weil ansonsten die Gegner vielleicht überleben werden. Und ich kriege eh so viel Farbe in dem Spiel hier, dass es kein Problem darstellen sollte. Okay. Einer reicht auch schon aus. Perfekt. Yippie. So, kann ich jetzt dem Strohhalm den Tod da geben? Äh, oder hat er den jetzt automatisch genommen? Ich habe meinen Strohhalm vergessen. Kann mir jemand einen leihen? Nee, offenbar nicht. Das ist einfach nur so ein kleiner Witz hier offenbar. Ohne irgendwie Sinn. Und sowas. Okay, hier ist auch noch was. Das ist auch ziemlich fies. Yay. Und da duscht gerade jemand. Wollen wir mit dem mal kurz stören. Komm ich da rein? In die Kabine? Nee. Äh, dagegen? Okay. Hä, was zum... Okay, der klopft da dagegen. Hä, was? Er klopft zweimal... Muss ich zweimal schlagen? Nee. Hä? Was kann ich jetzt hier machen? Ich färb die mal ein bisschen ein. Irgendwas kann man ja hier bestimmt machen, aber ich komme nicht drauf, was genau. Kann ich hier ausschneiden irgendwas? Ah, ich kann ausschneiden. Guck mal, okay. Das habe ich jetzt nicht ganz erwartet, aber es geht. Ich kann die Tür wegschneiden. Wäre auch in Ordnung. Machen wir mal schnell. So, zack, zack, zack. Okay. Also gleich sehe ich schon den nächsten nackigen Tor... Oh. Ähm. Oh man, das ist... So blöd, dass ihr jetzt das nicht sehen konntet. Luigi war da gerade. Oh man, das ist so blöd, dass es alles auf dem Gamepad ist. Da war gerade Luigi. Und wir haben einen Münzbonus von 300 Münzen bekommen, weil wir Luigi gefunden haben. Hat sich dieser Kerl etwa verkleidet, damit er so aussieht wie du? Da fühlt man sich bestimmt merkwürdig. Och man, ey. Das ist doof, dass ihr das nicht sehen konntet jetzt. Ja, eben Luigi war da halt drin und ist abgehauen und er hat mir 300 Münzen gegeben. Oder ich habe 300 Münzen bekommen, weil ich ihn gefunden habe als Bonus. Okay, na gut. Also wir wissen schon mal, das wusste ich nämlich vorher auch nicht. Wir wissen schon mal, dass Paper Luigi hier auch vorkommt. Aber offenbar hat er auch wieder keinen so spektakulären Auftritt. Sondern so ähnlich nur wie auch schon in Stickerstar. Weil in Stickerstar hat er ja auch kein einziges Wort gesprochen. Da kam er halt nur an bestimmten random Stellen vor, wo man ihn finden konnte. Aber ansonsten gab es ja nicht wirklich viel, was man mit ihm machen konnte. Und hier ist es offenbar ähnlich. Eigentlich kann er noch was einfärben, übrigens sehe ich gerade. Kann ich das von hier von hinten aus machen? Äh. Nein. Aber ich kann eins von diesen Dingern, oder kann ich da einfach reinspringen? Okay. So geht's. Zack. Yay. Sehr schön. Das ist echt halt, wie gesagt, schade, dass ihr das nicht sehen konntet. Aber was soll ich tun, ne? Ich wäre mir jetzt auch lieber, wenn ich das Gamepad aufnehmen könnte. Da gibt es ja auch, glaube ich, die Technik dafür. Gibt es theoretisch. Äh. Gamepad, äh. Vom Gamepad aufzunehmen. Aber, äh. Das ist jetzt dann doch, mir ist es nicht ganz wert. Weil so wichtig ist ja der Gamepad-Bild schon meistens nicht. Hier halt schon so einigermaßen, ne? Aber, na sorry, dafür, dass ihr das leider nicht sehen konntet jetzt. Tut mir wirklich leid. Das wird auch häufiger vorkommen, dass wir bestimmt Luigi irgendwo treffen an random Orden und ich dann Münzen bekomme. Und ihr könnt es leider nie sehen. Ich kann es euch nur immer dann erzählen. Tut mir echt leid. Hier geht es zum sehr exklusiven Entspanntstrand. Was? Entspanntstrand. Der perfekte Strand, an dem sich nur die absolute Elite in vollendeter Eleganz entspannen darf. Die Elite in vollendeter Eleganz. Komme ich hier auch durch? Warum darf ich nicht durch? Bin ich nicht elegant genug, oder wie? Äh. Ich bin offenbar nicht elegant genug. Ich darf nicht durch, na gut. Alles klar. So, ähm. Ich würde mal sagen, wir machen das mal noch gar nicht. Dass wir jetzt hier dann gleich da teilnehmen werden. Weil der, ich glaube der tot war es. Der hat uns ja schon das erzählt. Dass es Veranstaltungen gibt, an denen man... Oder der war es dann. Dass man an den Veranstaltungen, in denen man auch mitmachen darf, genau. Und wir kriegen bestimmt dann einen coolen Preis. Vielleicht einen Farbststände oder sowas. Wenn wir da mitmachen. Und das werden wir aber erst beim nächsten Mal machen. Denn das war es mal für diesen Part von Let's Play Paper Mario Color Splash. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr ja, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben. Oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier weitergehen wird. Und wir dann eben an der Veranstaltung teilnehmen werden. Und mal gucken, was dann dort alles auf uns warten wird. Okay. Also dann Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.